Ja, Moinsen, da bin ich auch schon wieder. Ja, diesmal auch nur mit so einem kleinen Video mal eben kurz rein, weil ich dachte, man soll das mal eben ganz kurz festhalten, weil das eigentlich, kann man inzwischen ganz gut zeigen, alles so durch die Recherchen auch von, nicht nur von mir, auch von vielen anderen. Also es ist wirklich nur der Test von Korman Drosten und so was alles, beziehungsweise das Protokoll, das quasi die Pandemie erzeugt hat. Und inzwischen kann man das auch sehr gut aufzeigen. Und das wollte ich einfach mal hier im Folgenden kurz eben zusammengefasst tun, dass man das einfach mal so ein bisschen sehen kann übersichtlich. Also am 16.01.2020 meinte die Charité, dass eben Dr. Drosten ganz ohne Laborproben der Betroffenen wohlgemerkt, einen Test entwickelt hätte, der auf das in China gefundenen und nun quasi als neu deklarierte Virus anschlägt. Also natürlich wurde dann dieser Test eben auch sofort nach China geschickt, um ihn dort auszuprobieren zu testen und so weiter und so fort. Am 21.01.2020 wird das Protokoll zu dem Test von Korman Drosten und Co. und so weiter bei der Zeitschrift EUROSURVILENCE eingereicht und bereits einen Tag später am 22.01.2020 veröffentlicht. EUROSURVILENCE ist eine wissenschaftliche Fachzeitschrift, die vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, ECDC, veröffentlicht wird. In der Zeitschrift werden Arbeiten zur Epidemiologie, Überwachung und Vorbeugung von Infektionskrankheiten veröffentlicht und es befindet sich international auf Platz 6 der Zeitschriften für Infektionskrankheiten. Rein zufällig gehört Christian Drosten zum Editorial Board, also zur Redaktion des EUROSURVILENCE, was diesen ziemlich einmaligen Peer-Review-Prozess von gut einem Tag wohl erklären dürfte. Er ist auch bei EUROSURVILENCE quasi einmalig, nur mal so nebenbei. Und dazu gibt es dann auch schon viele von der Dr. Kämmerer oder sowas, hieß die junge Dame, kann ich da die Arbeit nur zu empfehlen oder die Aussagen auch zu empfehlen. Weiter. Vom 22. bis 23. Januar, also am 22. Januar wurde der Test bei EUROSURVILENCE quasi angenommen und veröffentlicht. Vom 22. bis 23. Januar 2020 tagte nun zusätzlich das Emergency Committee, also der Notfallausschuss der WHO und beriet sich über den Corona-Ausbruch. Am 23. Januar 2020 veröffentlichten sie eine Stellungnahme zur Situation. Darin kommen sie zu dem Schluss, dass es noch keine ausreichende Hinweise auf eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite, kurz Fake, gäbe. Und man sich da eben nicht einig sei, man sich aber in zehn Tagen noch einmal treffen könne, wenn der Generaldirektor, also der des Genozids berechtigt, verdächtigte Tetros da, dies gerne möchte. Kurze Zeit später, am 30. Januar 2020, also sieben Tage später, trafen sie sich offenbar auf Anraten des Generaldirektors Tetros erneut. Diesmal kamen sie zu dem Schluss, dass es eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite, kurz Fake, gäbe. Wie kamen sie zu dem Schluss? Da es ja nun einen Test gäbe, nämlich das auch von der WHO empfohlene Korman-Drosten-Protokoll, gäbe es auch alarmierende Zahlen. Ich betone hier nochmal, dass es eben keine auffälligen, massenhaften auftretenden neuen Krankheitsbilder oder ähnliches gab, sondern eben nur einen neuen Test. Diese diagnostischen Tools, so beschreibt es auch der Notfallausschuss, aber es sind eben keine diagnostischen Tools, da sie nicht für diagnostische Zwecke geeignet bzw. zugelassen sind. Also diese diagnostischen Tools, so der Notfallausschuss, habe gezeigt, dass es deutlich schlimmer ist. So stieg die Zahl der so bestätigten Fälle von 557 auf inzwischen 7.711 und es gäbe 12.167 Verdachtsfälle. Nochmal zusammengefasst. Am 16.01. entwickelt Drosten diesen völlig unbrauchbaren Test, dieses Protokoll, und schickt es nach China, um es dort zu testen. Da es handwerklich so mangelhaft ist, schlägt dieser nach dem Protokoll durchgeführte Test auch quasi auf jeden Fall an. So entdeckt man bis zum 22.01.2020 rund 557 Infizierte, was die WHO veranlasst, einen Notfallausschuss einzuberufen, um die Lage prüfen zu lassen. Man gucke sich an dieser Stelle, sagen wir mal erwähnt, man gucke sich auch mal die Mitglieder dieses Ausschusses an, aber nur mal so nebenbei. Dieser Notfallausschuss kommt dann aber, weil die Argumentationsgrundlage es einfach noch nicht so richtig zulässt, zu dem Schluss, dass man da eben noch keine Panik machen könne. Weil der Test bzw. das Protokoll aber so schlampig ausgearbeitet ist, muss man ja nur etwas warten und es werden zwangsläufig mehr Fälle dazukommen, zumal man eben auch einfach nur kumuliert, also die Positivfälle einfach kumuliert. Zudem gibt es immer eine 100%ige Korrelation zwischen dem neu umdeklarierten Krankheitsbild und diesem neuen Test, was ich schon mehrfach versucht habe zu erläutern. Einige Zeit später, als der Test das Protokoll nun genügend bestätigte Fälle erzeugt hatte, tagte der Notfallausschuss nochmals. Diesmal war es aber schlimm und man musste eben diesen Fake da ausrufen, also diese Notfall internationaler Tragweite und so weiter. Also das ist schon sehr eindeutig. Drosten entwickelt diesen Test, der, wie wohlgemerkt, nicht auf Proben, das ist halt einfach ein Computertrick, wie es der gute Wolfgang Wodag ja auch schon mal ausformuliert hat. Es ist einfach ein Computertrick, so ist es. Damit wird dieser Test entwickelt, den schickt er am 16.1. nach China, das ist auch am 17.1. gewesen sein, nach China oder schon am 15. Auf jeden Fall ist das Ding in China, die testen damit rum und finden bis zum 22.1. 557 Fälle. In der Zwischenzeit hat Drosten, weil er ja von China die Rück, so beschreibt das er auch in seiner Arbeit, weil er ja aus China die Rückmeldung bekommen hat, dass das funktioniert, also sein Test positiv ist bei den Erkrankten, was, wie gesagt, längere Geschichte, aber es ist einfach albern, das sozusagen, hat er da diesen Test bei Euro Surveillance, bei dem er auch in der Redaktion sitzt, eingereicht. Deswegen gab es keinen richtigen Peer-Review-Prozess, sprich niemand hat diesen völlig handwerklich schlecht geführten Protokoll, der jemals irgendwie großartig begutachtet. Das wird dann veröffentlicht, die WHO empfiehlt es, veröffentlicht wird es am 22. Am selben Tag, an dem es dann endlich offiziell ist sozusagen, also nachdem man sich auch offiziell auf diesen Test berufen kann, vorher konnte man sich ja nicht darauf berufen, weil das ja nichts Offizielles war sozusagen, es gab keine Veröffentlichung dazu, es war ja nur ein Test, ein Test eines Testes in China sozusagen. Jetzt gab es aber eine offizielle Veröffentlichung, also könnte man sich auch darauf berufen. Und sprich, am selben Tag beruft man diesen Notfallausschuss ein. Dieser Notfallausschuss kommt aber aufgrund der geringen Zahl und so was alles zu dem Schluss, dass man sich da einfach nicht so richtig einig ist und irgendwie kann man das alles nicht so richtig sagen. Sagt aber, wir gucken uns das später nochmal an. Dann lässt man diesen Test einfach noch ein bisschen laufen, der, wie gesagt, zwangsläufig immer mehr positive Fälle erzeugt. Und bumms hat man sieben Tage später quasi die Testanzahl, die man braucht und vor allem auch die Steigerung, die man braucht, weil man einfach wahrscheinlich auch die Test, habe ich jetzt nicht geguckt, aber vor allem wird es für mich auch schwierig zu gucken, wie man in China da mit den Testanzahlen verfahren ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass man in der Zeit auch die Testanzahl hochgefahren hat. Und natürlich hast du dann quasi 7200 Leute mehr, die innerhalb von sieben Tagen bestätigt krank sind. Bestätigt wohlgemerkt in Anführungsstrichen. Es ist keine Bestätigung. Sie nennen es hier diagnostische Tools in den Links. Das ist aber kein diagnostisches Tool. Und ja, wie auch immer. Also so hat dieser Drosten-Korman-PCR-Test ganz klar und eindeutig ist das Ding dafür verantwortlich, dass diese Pandemie überhaupt erst ausgerufen wurde. Es ist nur dieser Test, auf dem diese Pandemie beruht. Und wenn man dann jetzt schon sagt, oder auch schon zugegeben worden ist, also von einem der Beteiligten an diesem ganzen Test und so weiter, dass rund 50 Prozent der Tests falsch positiv sind, und das ist offiziell zugegeben. Wir können davon ausgehen, dass es noch deutlich mehr sind. Sprich, siehe dazu auch das Urteil vom Gericht in Lissabon. Aber naja, egal. Ja, dann kann man halt von... Also, das ist halt einfach eine Fake-Pandemie, ganz offensichtlich. So braucht man gar nicht mehr großartig zu sagen. Und das wollte ich eigentlich hiermit nochmal eben ganz kurz zeigen, sozusagen. Eine Sache, und einfach nur, weil es lustig ist, die gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite, heißt im Englischen ja Public Health Emergency of International Concern oder sowas. Und wird offiziell eben mit P-H-E-I-C abgekürzt. Das heißt, das wird quasi im Englischen als Fake ausgesprochen. Nur mal so nebenbei. Fühle ich schon ganz gut. Naja, wie auch immer. Eine Sache eventuell noch auch nur, oder zwei, aber ich finde sie einfach auch krass. Ich blende es hier einfach nur mal nebenbei ein. Hat jetzt nicht direkt was mit dem Test zu tun. Aber da hat ein bekannter Gerichtsmediziner, dessen Name hier übrigens geschwärzt wurde, also der ist hier rausgenommen, bittet die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart darum, doch bitte und unbedingt bei jedem Toten, der nach einer Covid-Impfung verstorben ist, eine Obduktion durchzuführen. Ne, der hat die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart darum gebeten, bitte dafür, wir müssen das machen, das ist wichtig, dies, das. Das verneint die Generalstaatsanwaltschaft natürlich reflexartig. Also sie werden es nicht tun, denn laut dem RKI oder auch dem Paul-Ehrlich-Institut, und da an dieser Stelle hätten sie auch noch mehr Institutionen aufzählen können, zum Beispiel dieses Bernhard-Nocht-Institut und so weiter, gibt es keine Hinweise auf einen Zusammenhang und damit auch keine Fremdeinwirkung, also keinen nicht natürlichen Tod. Da diese Institute, also das RKI und so weiter, dort eben keinen Zusammenhang sehen, sieht auch die Generalstaatsanwaltschaft keinen Grund, einmal genauer hinzustauen. Das ist schon echt übel. Und zumal das auch nicht, quasi nicht einmalig ist, sondern es gibt, das haben hier diese vom Corona-Ausschuss, oder wie die heißen, diese Viviane, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, die junge Dame da, sie hat das quasi erzählt, da wird Strafanzeige, oder erlebt sozusagen, also da wird Strafanzeige in Berlin gestellt, nachdem glaubhaft und klar wurde, dass von 31 Heimbewohnern, also Seniorenheimbewohnern, die geimpft wurden, acht verstorben sind, die zuvor negativ getestet wurden, und sich ihren Umständen natürlich entsprechend in sehr gutem gesundheitlicher Verfassung befanden. Und die Gerichte sagen einfach, nö, wir ermitteln nicht. Wir ermitteln nämlich erst, wenn diese Expertenärzte, also Drosten und so weiter, da was zu sagen. Vorher wird nicht ermittelt. Das war quasi die Antwort, die sie bekommen hat aus Berlin. Und also das ist quasi dasselbe. Auch dort ist der Verdacht, dass nach der Impfung mir Leute verstorben sind, und da die anderen Ärzte, also sprich das RKI oder auch das Paul-Ehrlich-Institut und so weiter, da nichts sagen, wird da nichts getan. Und man kann davon ausgehen, dass das eben nicht nur in Stuttgart und Berlin so ist, sondern dass das einfach generell so derzeit gehandhabt wird. Ja, also wir können gespannt sein, was da noch kommt und was da noch auf uns zukommt oder eventuell sich noch so entwickelt. Ja, wie auch immer. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und ihr wisst Bescheid.